Gut, machen wir weiter meine Freunde mit Deutsche Memes für die Trimax zu Lost ist Da bin ich aber mal gespannt Leute, das wird aber jetzt die ganz wilde Nummer. Let's go der Hase. YouTube.exe auschecken, reinficken, reinwichsen, let's go. Bildung kann man immer gebrauchen. Ja und du besonders ne? Ja und du hättest die brauchen sollen. Ja. Hops. Schreibt doch zurück, sieh. Ich weiß nicht, wie das... Gerade hier, mit den Worten, bin raus, Amina Koyim. Was auch immer das bedeuten soll. Jens. Mhm. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Digga. Oh Leute, Trimax hier. Die neue Clash Royale oder Clash of Clans, Clash of irgendwas Staffel, halt dein Maul. Bro, das war einfach ein Krankenwagen, der das Coffin-Meme gespielt hat, Alter. Das äh, ist äh, Zeiten von Corona, ja. Ja. Der Schweigefuchs. Der Schweigefuchs. Der Schweigefuchs. Hazel Brugger, die Ehrenfrau. Ja. Meine Augen jetzt schützen lassen, mir ist einfach die Sicherheit... ...meiner Augen zu viel wert... ...Karsten, Junge. ...das kann... ...einfach nicht wahr sein. Es tut mir leid. Zieht die Brillen auf, die Schutzbrillen. Es ist... ...Katholim sag ich doch. Kein Ding für'n King. Was war das? Komplett relatable, oder? Gerade wenn ich fett scheißen muss, Alter. Da erstmal so'n ganz irischen Dance hinlegen, Alter, damit die Kacke wieder zurückrutscht in den Enddarm. Man kennt ihn. Wo kiffst du eigentlich jemanden? Spielplatz. Digga. In Mettmann lebt der 17-jährige Sascha Frangenberg. Als selbsternannter Checker kennt er keine Regeln und Grenzen. Der Problem-Teenie liebt das Risiko, wilde Partys und Drogen. Für ihn ist kein Preis zu hoch. Ja. Ich gönn ihm das. Ich gönn ihm das. Absolut. Jo. Alles Glück, Acht, Herr Jung. So, die werd ich mir jetzt einverleiben. Ich kann ja auch noch nen Bullshorn kaufen. Oder Lütten. Den zieh ich mir gerne rein. Die Jungs von der Straße, die sind mir harrlich. Man kennt das, Alter. Wenn mein Lehrer mich trifft und ich plötzlich obdachlos bin. Absolut. Ich bin zweimal um die Welt gereist. Nein! Kannst du offen die ganze Zeit mich zu verfolgen? Nein! Nein! Ah! Gucci, Gucci! Nike, Nike, Nike! Dior, Dior! Dior, Dior! Dior, Dior! Gucci, 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 Gucci! Bitch! Hau ab! Hau ab! HAU AB! Ich, wenn er gar nicht bellt. HAU AB! An die Leute, die mir gesagt haben, mach deine Shisha-Kohle mit dem Toaster an, ja? HAU AB! Ja, das war's an der Stelle für den Toaster. HAU AB! HAU AB! HAU AB! HAU AB! HAU AB! HAU AB! Sag einfach was witziges und geh dann lachend ab. Ich bin eifersüchtig! HAU AB! 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 Sein Name, Baba Amaparati. HAU AB! Hallo, wer ist der? Baba Amaparati. HAU AB! MASHALA! 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 Sieht einzig aus wie ein Fabian oder Tobias. MASHALA! MASHALA! Ne? Wo ich das gesehen hab, da wollte ich mir mein T-Shirt zerreißen. Manuelsen, Alter. Du alter Zerstörer. Wenn mein Crush mich anspricht. Wenn mir letztes Mal aufgefallen ist, dass ich jetzt schon seit ca. 5 Jahren dabei bin, hab ich mich auch mal entschein... Tut. Kevin. Mach ruhig. Das Handy ist schon... Das Handy gehört schon dir. Brauchst nicht nervös sein, Bro. Hab ich mir auch mal... Hab ich mich auch mal... Sein Rollkragen ist zu... ELE... Wieder einen Punkt für die 4 bekomme. LEGANT! Und so schaumann! Mitten auf der Straße aber, Bro. ELE... 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 Sprinteinheiten einlegen... Und richtig losstarten... Und... Das ist alles... Das ist alles nice... Das ist alles nice... Spiel... Leute!